Hallo an alle Jura hier vom Pflegekanal. Willkommen zu einem neuen Video. Also es ist Mittwoch, es kommt ein Thema, das ihr gewünscht habt und auf der Liste war MRSA. Nun, hier ist das Video. Was ist MRSA? MRSA bedeutet Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus. Es handelt sich hier um ein Antibiotikum, das in den 60er Jahren häufig angewendet wurde. Der MRSA-Kalm wurde resistent auf dieses Antibiotikum und daher kommt auch der Name. Mittlerweile ist der Keim auch auf andere Antibiotika resistent geworden. Und so kommen wir zu dem modernen Namen, multiresistenter Staphylococcus aureus. Ursachen. Man kann nicht sagen, es ist eine Ursache, aber trotzdem, es gehört dazu. Also der Staphylococcus aureus ist ein Bakterium, das bei vielen Menschen die Haut und die Schleimhäute besiedelt, ohne Schäden zu verursachen. Also das Problem entsteht erst dann, wenn der Keim in die Haut eindringt und das führt dann zu Entzündungen. Sehr gefährlich ist es, wenn es bei Menschen mit einer Immunschwäche passiert oder bei Kleinkindern. Wie wird der MRSA-Keim übertragen? Also die Hände sind die größten Überträger. Also an allererster Stelle erfolgt es durch Hautkontakt, also über die Hände oder über eine Schmierinfektion. Durch verunreinigte medizinische Instrumente, durch verunreinigte Gegenstände, durch Husten und Niesen ist selten, aber es ist auch möglich und das muss man schon betonen. Wenn der Patient den Keim im Rachen hat, im Nasenraum oder in der Lunge und extrem hustet oder niest, man darf nicht vergessen, die Tröpfchen, die dabei rausfliegen aus dem Körper, können eine Geschwindigkeit von über 100 Kilometern entwickeln und fliegen ziemlich, ziemlich weit weg. Nun zu den Risikofaktoren. Also als Risikofaktoren muss man sagen, Wundflächen, also Patienten mit Wundflächen, Patienten mit chronischen Hautverletzungen, mit künstlichen Körpereröffnungen, die Dialyse, also das Blutreinigungsverfahren, ist auch ein sehr großer Risikofaktor, Abwehrschwäche aufgrund chronischer Erkrankungen, wie zum Beispiel der gut bekannte Diabetes Mellitus. Was sind die Symptome? Also wenn wir über die Symptome reden, kann man nicht sagen, es gibt bestimmte und spezifische Symptome. Die Symptome sind wirklich unterschiedlich und eine Besiedlung wird nur durch einen Abstrich nachgewiesen. Wenn wir über die Therapie reden, müssen wir an allererster Stelle sagen, also der Patient und die Umgebung muss immer befreit werden. Das heißt, wenn es sich um den Körper handelt, Nase, Rachen, Haut, das wird alles lokal behandelt. Dann Gebrauchsgegenstände werden entweder ausgetauscht oder desinfiziert. Die Wäsche wird täglich ausgetauscht. Sehr wichtig hier zu betonen ist es, dass die hygienischen Maßnahmen wirklich zu beachten sind. Es nützt absolut nichts, wenn von einem Team aus zehn Leuten fünf Leute es machen und fünf Leute die Maßnahmen nicht anwenden. Also da kann es nicht zur Genesung kommen. Die Patientenumgebung muss täglich desinfiziert werden und das Pflegematerial soll immer im Zimmer sein. Also man soll nicht zur Pflege reingehen und dann, oh Moment, ich habe das vergessen, ich gehe mal kurz zum Pflegewagen raus. Also sowas kann nicht vorkommen. Das Geschirr sollte in eine geschlossene Box gelagert werden und dann desinfiziert und der Abfall sollte in einem keimdichten Sack entsorgt werden. Wie wird die Übertragung vorgebeugt? Also da ist es sehr wichtig, regelmäßige Händedesinfektion nach jedem Kontakt mit dem Patienten, egal ob es jetzt die Pfleger sind, der Arzt, der da ist, der Pfarrer, der da ist oder Angehörige, Angehörige, egal, alle müssen sich die Hände danach desinfizieren. Jeglicher Schmuck darf nicht während der Pflege getragen werden bei Patienten, die MRSA haben. Bei der Körperpflege und allen Maßnahmen direkt am Patienten muss eine Schutzkleidung getragen werden, sprich Kittel, Haarhaube, Mundschutz, Handschuhe und wenn es sein muss, auch diese Überzüge für die Schuhe. Wer Hautverletzungen hat, und das ist wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig, das will ich euch ans Herz legen, wer Hautverletzungen hat im Bereich der Hände oder der Unterarme, sollte nicht zu einem MRSA-Patienten gehen, weil das sehr, sehr gefährlich ist. Nun zum Schluss sollten wir noch die Isolierung erwähnen. Also eine Isolierung ist stark, stark umstritten, aber sie muss sein, also sie ist nötig bei offenen Wunden, bei Patienten, die den MRSA-Keim im Urin haben, die einen Atemwegsinfekt haben und stark husten und der Keim da drin hängt. Also das ist wirklich wichtig. Als Vorschlag kann man immer zwei Patienten, die MRSA haben, in ein Zimmer unterbringen. So haben die auch Kontakt mit jemandem und können mit jemandem sprechen. Nun das ist alles zu diesem Thema, was ich vorbereitet habe. Ich hoffe, das Thema wird nutzbar für euch sein. Wenn das so ist, wenn euch das Video gefällt, dann bitte schenkt mir ein Like, unterstützt meinen Kanal und meine Arbeit auf diese Art und Weise. Teilt das Video weiter auf Facebook, Instagram, wo auch immer ihr seid, damit auch andere, die in der Pflege tätig sind, davon Nutzen haben. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, damit ihr immer auf dem Laufenden seid und ich wünsche euch eine gute Zeit bis zum nächsten Video auf dem Pflegekanal. und ich wünsche euch eine gute Zeit bis zum nächsten Video auf dem Pflegekanal.